Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Super Mario Makers, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Heute wieder mal ein David Level, oder ein Level von David. Und zwar ein exklusives Preview-Level-Gedönse, wo es hauptsächlich um Musik geht. Deswegen werde ich wahrscheinlich im Level auch meine Klappe halten, weil es ein Zelda-Medley-Level ist. Das heißt, es gibt viel Musik und ich finde, das sollte man genießen, denke ich. Ich hoffe, das ist so ein Level. Denn wenn nicht, werde ich einfach drüber quatschen und wenn doch, dann werde ich mich rausschneiden komplett. Und euch damit in Ruhe lassen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hinein und natürlich, wenn ihr selber spielen wollt, die ID steht unten. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, was soll ich da groß sagen? Mir hat's gefallen. Das ist ein Musical. Yay. Klang zwar vielleicht ein bisschen eintönig, teilweise. Kann man eventuell noch ein bisschen ausbessern. Ich meine, das ist Version 1.2 und du hast es schon ausgebessert. Habe ich schon gesehen. Wollen wir denn? Du hast eine Demo gemacht davon. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Sachen, die man ausbessern kann. Aber für jeden Zelda-Diebhaber ein Auto-Scroller, wo man teilweise sterben kann, ist cool. Ja, also, ich habe nichts daran auszusetzen. Außer, mach's noch besser, als ohnehin schon ist. Und ich glaube, das Ende kannst du noch ein bisschen näher ranziehen. Ja, aber cooles Level. Also, ein bisschen Musik ist immer gut. Yay. Hahaha. Und ich würde sagen, lasst dem David hier und auf Twitter und sonst wo gerne ein Like da. Und, äh, schickt sein Level rum, wenn ihr mögt. Also, ich habe nichts dagegen. Er wahrscheinlich auch nicht. Er wird sich sogar freuen, wahrscheinlich. Habe zwei im Stich gelassen hier in Essen und so Gelsenkirchen in der Gegend. Aber dafür hat jetzt Köln eine weitere Nervensäge mehr. Ha. 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 Ah, ich bin heute ein bisschen, ein wenig, ein klein wenig, ähm, böse drauf. Aber, ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und sage, ja, schönes Medley. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020